Sie rollen das auf die Rennweite für einen sofortigen Ausflug. Wie gesagt, sie haben nur 15 Minuten, um es zu tun. Natürlich gibt es hier keine Weapons auf der Rennweite. Das ist nur eine Demonstration. Als sie die Rennweite auf die Rennweite verabschieden, haben sie ihre Pre-Flight-Checks rausgebracht. Unsere Intruder-Aerfahrt, heute von PC-9, hat gerade ein Overflight ziemlich schief gemacht. Hier ist die Rennweite für die Rennweite, und so die QR-A-Controller wird die Rennweite verabschieden. Besonders natürlich die Fähigkeit, schnellstabfähig zu sein, habe ich außerordentlich übersteuert. und die Rennweite für die Rennweite verabschieden. Sie machen den Eurofighter-Zeug in die Rennweite. Da haben sie von mir besonders geeignet. Man kann Flugzeugen. Nach dem Start nähern sich jetzt also die beiden Eurofighter in die QR-A, der Alarm-Rot-Information, dem ungekannten Luftfahrzeug, um es zu identifizieren und Kontakt mit ihm aufzunehmen. Hierbei bleibt einer der beiden Abfangjäger in einer hinteren Position, um dem Rottenführer Deckung zu geben, falls das eingebohrene Flugzeug nicht Folge leistet. Hier kann man sehen, dass der Fähiger-Leader auf die Rennweite verabschiedet ist. Die erste Aufgabe ist zu identifizieren und zu radioieren den Kontrollern, zu erzählen ihm, was type of Rennweite es ist, was Markings er hat. Und dann, zu移st mit ihm, um es zu kommunizieren mit dem Pilot. Nun, all die Zeit, dass er das macht. Man kann sehen, dass sein Nummer 2 ist in der Defensiv-Position, um sicherzustellen, dass die Rennweite nicht lustig versuchen. Ja, in dieser Phase identifiziert der vorderen Eurofahrer jetzt das Flugzeug. Wir müssen die Kennung ab. Er liest auch die Kennung ab und gibt das an die Kontrollstation am Boden weiter. Die Kontrollstation entscheidet dann, wie weiter zu verfahren ist, wie dem eigenen Flugzeug überhaupt Hilfe zu leisten ist, in welcher Richtung die Procedures weiter ausgeführt werden. Diese Procedures müssen ausgeführt werden, denn die Target-Aercraft könnte nichts sein. Es könnte ein Student-Cardinet sein, der verloren ist. Es könnte eine Alert-Base sein und zurück zum nächsten Intercept warten. Also über dem Platz nochmal die Überflug von links nach rechts mit 500 Knoten. Das sind 900 Stundenkilometer. Unsere beiden Eurofighter Typhoon der QA. Quick Reaktion alert Typhoon. 500 Knoten. Low-Level lines in general. Torse Tordorf Trailer. Bis zum nächsten Mal. Years gefragt. Aber das ist die Art. Scheiße. Bis zum nächsten Mal. Es geht.